ich krieg die scheiß flower nicht hin ja genau der alte ich finde ihn so sympathisch ich bin nicht rassistisch ich hab auch nur gesagt bisschen nicht mal ein bisschen also wenn wir ein gewisses spiel spielen schon sehr das sind spiele sowas nimmt man nicht ernst das zählt nicht oder was willst du damit sagen ja genau ich habe gerade die ganze zeit vor mir hingetreut während ich den boss gemacht habe ich habe keinen schaden bekommen ich glaube das war aber mehr luck kein schaden ich habe ich in die dritte phase zu kommen ohne schaden zu bekommen nein frage beantwortet beantwortet Ach, leck mich. Bitte, 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 bitte. Nein! Ja! Ja! Jetzt kommt noch so eine versteckte vierte Phase, das wäre doch schon irgendwie von Yoda. Ah, nein, wer ist nicht. Boah, genau. Alter, bei Sekiro, bei den Affenboss war das der Fall. So, ja, wo du den Kopf abbringst. Ja. Weißt du, wie ich mich gefreut habe? Ich habe so lange daran gesessen, die erste Phase zu machen. Ich so, ich habe den Kopf abgehackt, Bitches. Ich glaube, das ist das letzte Level von dem Kapitel. Na gut, das werde ich dann morgen streamen.